Hallihallo und einen herzlichen Gruß von mir an euch. Mein Name ist Lars-Peter Luke. Ich bin der Autor und Regisseur von Jack Slaughter, der Tochter des Lichts. Danke, dass ihr die Serie bis zur Folge 17 gebracht habt. Und ich kann euch verraten, dass wir bereits an weiteren Folgen arbeiten. Es geht auf jeden Fall weiter. Also immer schön kaufen und Jack Slaughter weiterempfehlen. Vielen Dank dafür. Doch um was geht es in Folge 17 mit dem mysteriösen Titel Gedankenspione eigentlich? Ich darf natürlich nicht zu viel verraten, aber auf der Rückseite der CD steht folgendes. Jack hat einen äußerst hohen Preis dafür bezahlt, um seine Eltern vor dem sicheren Tod zu retten. Ein gefährlicher Killer wurde auf Jack angesetzt. Sollte er sterben, bevor er seine unsterbliche Seele zurückgewinnen konnte, wird er für alle Zeit in der Hölle schmoren. Zum Glück ist Jacks bester Freund wieder da, um ihm beizustehen. Toni hat allerdings ein erregendes Erlebnis mit einer schönen Frau, die einen kleinen Haken hat. Sie steht nicht auf One-Eyed-Stands. Das klingt doch schon mal recht vielversprechend, oder? Am besten wäre jedoch, wenn wir kurz reinhören. Währenddessen zeige ich euch die Ausstattung der CD. Leit, 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 hang da! Ruhig, Ming. Die beiden probieren ja gleich. Ich hoffe nur, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Ich habe das Rezept nach euren Vorgaben erweitert. Das ist harter Stoff. Seid ihr sicher, dass ihr das riskieren wollt? Probieren geht über Studieren, Kim. Ich nehme es als Erster. Wenn du 30 Jahre lang auf dem Zeug drauf gewesen wärst, würde eine normale Dosis bei dir auch nicht mehr helfen. Wir leben und sterben für den Ghost Club. Oh, Kamler, das ist jung. Nein, Ming, Mut ist was anderes. Die sind risikofreudig. Oh, die Klingel klingt grün. Nein, ich würde eher sagen Türkis. Na, hoffentlich ist das Jack. Der wird sich wundern. Was? Du? Ja, ich, Dr. Nowak. Darf ich reinkommen? Doom ist übrigens tot. Sie müssen keine Angst haben. Lass ihn rein, Kim. Dein Mittel wirkt super. Ja, keine Furcht. Er ist wirklich allein und unbewaffnet. Hayowona! Na schön. Komm rein, Basil. Danke mit Anke, Dr. Nowak. Was erzählst du da von Doom? Der kann doch gar nicht sterben. Also, das war so. Professor Doom wollte im Wald Pilze. Zur Seite. Wir übernehmen jetzt. Tja, dieser kleine Lügner wird es noch bereuen, hergekommen zu sein. Ah! Raus aus meinem Kopf! Sein Kodetier, Schaudi! Ruhe ich mich. Lass sie mal machen. Das tut so weh! Hör mir zu, du Lakai. Wir wissen, was du vorhast. Wehr dich nicht. Sonst landest du im Irrenhaus. Nein, nein, bitte nicht. Du wolltest, Jack, eine Falle stellen. Das ist ganz schön blöd. Macht es dir Spaß, dumme Pläne auszuführen? Bist du so ein Masophist? Ja, das bin ich. Und? Befrei dich von deinem Meister, Basil. Du bist ein schlechter Creeper, wenn du als Sklave arbeitest. Du solltest stolz auf deinen Namen sein. Doom ist der Vater, den ich nie... Du bist deines eigenen Glückes, Schmied, mein armer Junge. Du bist klug und hast ein Herz. Es ist zwar klein, aber verhalten. Ich werde Doom niemals verraten. Das musst du auch nicht. Schwöre ihm nur ab. Werde normal und lass ihn gehen. Lass los. Lass einfach los. Wow, das war spannend. Doch um was geht es wirklich und wer steckt hinter allem? Am besten die Folge gleich kaufen, schicken lassen oder downloaden. Es lohnt sich. Und weiterhin viel Spaß bei der Serie. Wir alle haben die nämlich auch und ich hoffe, das hört man auch. Tschüss mit Us, meine Freunde. Bis bald mal wieder. Hahaha. Wieso haben wir eigentlich immer so bescheuerte Ideen? Wieso haben wir eigentlich immer so bescheuerte Ideen? Wenn sich die occupy shoulds, dann sehen Sie beim Judah nicht wirklich. Ich hoffe, dass Sie dieses presque, bei jemandem beschrienden können. Alles hat nichts Unlike 트� здApp.